Da sind noch mehr Blumen drin. Nein, ich muss die Blumen nehmen! Wer den Boden berührt, muss die Blumen nehmen, okay? Ich dachte, dass wir sowieso schon Blumen in der Hand haben. Na gut. Dann kriegst du aber noch mehr. Ja, ich bagge gerade. Was soll ich denn machen? Kurz weggehen, genau. Damit ich da hin kann. Da oben wäre ein Schalter gewesen. Ah, das geht auf, okay. Woher muss man hin? Woher muss man hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was hier steht ein Schild, wo kommt es? Oh, ich muss dahinter. Nee, ich muss noch nicht aufhören. Geht auf irgendein so ein komisches Dach, wo auch gleich ist. Okay. Es ist ein Pistig. Oh, Junge, verpisst ich doch. Okay. Alles zusammen. Yeah. Okay. Aua. Mhm, mhm, mhm. Einen Moment. Okay. Komm, nehme ich rum. Niklas ist tot. Äh, Niklas ist wo? Tot. Im Himmel. Bei Jesus. Stimmt gar nicht, da oben ist nichts. Ich muss steh' hin, Mann. Auf die Leiter da vielleicht? Du hol' Donner. Bamp on the Thread North. 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 Okay, ich weiß schon mal was wir hier oben machen müssen gleich. Wenn ich mal hochkomme, was machst du denn? Toggle downfall. Toggle downfall. Toggle downfall. Toggle downfall. Oh, Toggle downfall. Toggle downfall. Das Hofuhl. Oh. 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 Die weg. Ich mache mir das nicht so schwer so. Was das hier? Was das hier? Tz. Was? Du hast auf diesen roten Pfahl gestellen und dann aufs andere Dach springen. Ja, danke Niklas, ah geil! Kein Problem. Go down into the Trap Door. Ich will aber nicht. Sag mal, ich krieg keinen Fallschaden. Oh. Verdammt. Da ist er nicht mehr gespielt. Warum hast du Bibliotheken? Da gibt's Bücher. Ja, stimmt. Was sind sowas? Ich erbär mich. Ich habe schon hunderttausend Bücher in meinem Leben gelesen. Haha. Und zwar? Falsches Sprung nicht. Not. Doch. Das ABC für Kleine, das ABC für Große, nein. ABC für Mittelgroße. Ja. ABC für Patchfilm. Ich wambo. Ja, ich hab's geschafft. Ohne zu cheaten. Hei stolz auf mich. Fress Sand. Hey, wo geht's denn lang? Dort. Das ist feiße. Ich mag nicht mehr. Ich mach meinen Checkpoint auf. Ach so, da. Ich hab's noch. Hihi. Hihi. Okay. Habfistig. 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 Hack. War schon immer hier oben. Oh. Das hab ich gesehen. Mito hier aufhörst zu cheaten. Jetzt geht's hier los. Ja. War zuerst da. Ah, Hilfe. Ich backe. Ich bin... Ich hab... Ich bin gebuckt. Ja. Hab mich irgendwas kaputt gemacht. Egal. Bis dich grad drauf zu fliegen. Guck mal, da häng ich. Du auch. Müssen wir da lang? Ah! Müssen wir da lang? Was? Was steht da? Oh, ist das tief. Go down into the toilet. Wir müssen in die Toilette. Ich bin schon unten. Yo. Lauf. Oh yeah. Ja. Annalysation. Und... Da ist ne... Schatztroh, ne? Nur Stage 128. Ich will die Schatztroh haben, irgendwie. Ich will die Schatztroh haben, irgendwie. Ich will einfach irgendwo mal hoch. Bin nem Scheiße aus rausgekommen. Ich will den Müll nicht. Man muss nen Holzklotz. Und Federn nönde, alles nönde. Der für rechts kann. Okay. Okay. Komm gleich nochmal. Ich mach. Okay. Hallo Marcel. Okay. Hä? Runge. Und 20. Du muss... Im besten in den Real Life auch. Mhm! Hahaha. Hannss an den Fetten Sag mal auf Toilette so zählt! Hahahaha! Türe! Ich bin so gut. G-U-DD. G-U-D-D, ja? voll die Frame-Drops wo sind Drops? saure Drops, wo? was ist das hier? was sind die 13? achso kann man rein Biskuit ich hab Kekse ich hab nen Diamanten falsch gegangen ich hab keine Ahnung ich blick's auch nicht es ist nicht so schwer, hier ist ein Goldblock und von da aus ist... ah Unit 6 fail, fail hätte man nicht einfach hier so hinspringen können? ey, man hätte doch hier herlaufen können, oder nicht? was, nein hä, warum, hä? hä? komm mal, ist 360 was ist das, ja? haha, du sagst ich will dich sehen jetzt gar nix komm mal, nein, da war ein Diamant drin, aber den hab ich schon, scheiße da, Niklas, pass auf komm runter ja, bin soweit also ich bin Alter! Ah! Ah! Es, es, eh, eh! Hilfe! Danke! Du kriegst es grad nicht hin zu fliegen, ne? Nein! Keine Ahnung! Das Shade fliegt ein und aus wie er will! Hahaha! Lappen! Jetzt hast du mich runtergehauen! Das ist fies! Was mach ich mir eigentlich noch geben, oder? Warum bist du jetzt raus? Warum nicht mit Half-Steps raus? Genau! Ey, warum pack ich das nicht? Oh! Du du du! Nein, nein! Ich geh mir so weit! Ja, müh! So, ich geh cheat! Das sah nur so aus! Du 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 du! Oh! Yellow O'Dun Lion! Das ist die klassische Minecraft-Spiele! Chiro Cactus! Scarlet O'Roses! Dio Magenta! Dio Oranges! Oh Lava! Flu Dio Dusky! Wagnus Paint! Yellow O'Dun Delong! Ich hab die Goldnuggets und verpiss mich! Ich hab den Rest! Ich weiß, was lang geht! Ich weiß nicht, was lang geht! Ah doch hier! Aber ich schau fern und hier nicht! Da geht's runter, du Opfer! Naja, wir müssen auch hier runter! Wer sagt, dass wir hier nicht hier hin müssen? Weiß nicht, flieg ich gleich wieder runter! Hier ist falsch! Neee! Uah! Uäh! Welche müssen wir denn jetzt? Wölf Neun? Wölf Neun? Das ist 13! Oder 13, ja! Welches ist die 13? 13 hatten wir doch vorhin schon mal! War das nicht der Kran? War das nicht das große blaue Gebäude? Ich bin... beim Kran! Das ist die 14, das heißt... Das hier dürfte das nächste sein, oder? Nee, doch das ist die 13 hier! Das blaue Lapis Gebäude! Das ist Diamant, aber hey! Das ist Diamant? Okay, ja! Dann Diamant! Ach du Scheiße! Ach so, ja! Glas! Da ist Glas drüber! Das sieht man so scheiße! Das sind ja wieder mal Scheiß-Sprünge hier! Oh, das ist auch Scheiße! Nein! Ich glaube, ich muss mir da überall eine Leiter hinsetzen! Aber dann wäre es langweilig! Lauf! Ach verdammt! Diamanten-Power! Boah, fuck! Ich will den Diamant! Ich will den Diamant! Ich will den Diamant! Diamanten-Power! Ja! Das ist so hart! Goldnugget-Power! Boah, ich hab's geschafft! Oh yes! Ist das noch oben? Nee, ist es oben! Ich hab's geschafft! Ich hab keinen Bock auf diese Sprünge! Oh, hier liegt noch auf dem Disc! Ich hab's geschafft! Das ist so toll hier! Ist ja wieder Glas drüber, ja! Körbe sagt! Das war alles in der Kiste drin vorher! Hm, die Kiste! Ja, war's wirklich! Der Sprünge ist mies! Na, der Sprung! Der! Der ist noch nicht jetzt der! Wo musst du denn hin? An die Leiter! Rechts neben dir! Ja, dann geh! Halt mal ab, Scheiß! Sag doch, der ist fies! Den hier machen! Ich glaube, ich spring da lieber rückwärts! Du auch hier! Die größten Dunensprünge dabei! WTF?! Spacke! Jetzt nicht mehr! Oh, Junge! Ich glaube, ich putz mal in die Nase, dann geht's besser! Ja, bestimmt! Jetzt! Wenn da jetzt einer lang geht! Oh! 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 Was war das denn für ein skilliger Sprung? Oder noch mehr von denen? Ja, natürlich! Jetzt sind wir hier lang? Ja, um die Ecke! Und die Leiter! Ja, ich glaube, es heißt! Ja, das glaube ich auch! Echt, ich glaube ich! Triss Goldnuggets! Ach, verdammt! Jetzt war hier nur ein Diamant, oder was? Und ich bin hier umsonst hingesprungen! Hahaha! Was für ein Scheiß! Soll das gehen, ehrlich! Hm! Ich hab's jetzt dreimal! Dreimal! Der behindert sich Sprung, den es gibt! Und zwar alle zwei! Ach, Turnaround! Achso! Oh, endlich! Hält er sich nicht fest! Okay, ich geh gleich mal! Hahaha! Was sind das denn für Sprünge, ey? Das Diamant! Wow! Na, gefällt mir schon eher! Das ist lustig gemacht! Ja! Und hier ist schon das nächste! Das ist aber nicht so schwierig! Oh Gott! Oh nein! Oh nein! Letzt mich doch! Scheiß! Scheiß! Kanten Sprünge hier! Von Kante zu Kante! Und dann hier wieder! Und dann nochmal! Auf der Scheiße! Nein! Mit Deckenhöhe sei es! Ehrlich! Ja! War geschafft! Geh weg! Alter! Hier musst du gleich zwei hintereinander schaffen! Das ist das Problem! Was? Du willst dich veräppeln, ey! Veräppeln? Apfel! Äpfel! 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 Ja, block nicht! Nicht! Wiss dich! Ja! Frist du aus dem Weg! Äh! Warum? Warum komm ich denn nicht rein? Wiss dich! Geh doch mal weg! Wegbahn! Ha! Geh weg! Aaaaah! Ich bin weiter als ihr in Apfelden! Uncheatet! Äh! Kommt da noch mehr von dem Scheiß? Uncheatet! Ah! Ja, da wär noch ein bisschen was gekommen! Vierer Sprung oder was? das ist ja richtig scheiße hab auch geschafft so bist du ich finde nicht so schwer wenn du so abspringst dass du dich an der decke hängen bleibst dann schaffst du dir eh naja außerdem wenn man wenn man es macht wie ich gerade ja also dann solltest du es schaffen wenn du voll anfasst was steht da ich kann es nicht lesen was ist denn da mit dem kopf der scheiße das habe ich eigentlich immer vorher gemacht ich habe immer ich print eigentlich auch immer auf leitern so schwierig ist das ja nicht ja was ich rutsche einfach ich schaue auf der leitung rutsch einfach drüber erledigt es geht vor allem nicht tschüss das wieso ist es auch goldmarsch was wenn man jemand übersehen er ist alles sehen kann ich ja für uns hat nicht geschnitten und ich habe es in jemanden gefunden in der betrieb es nie er hat gar nicht mehr dann tun er ist gleich so wie ich oder doch ist nicht gleich es gibt es nicht mehr und es sind ja jetzt erinnert guckst du kann ich es wo ist Markus